Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Hast du gesehen, was der Alte gemacht hat? Lassen Sie den Hund in Ruhe! Das ist kein Hund. Für mich ist das ein Winterstiefel mit Augen. Du hast meinen Gartenschlauch seit dem 27. August. Ich brauch den jetzt. Willst du jetzt gießen im Herz? Tu mal, tu dich um deinen Garten und ich mich um meinen. Was für ein Problem hast du eigentlich, Owe? Ich weiß es. Du bist ein unglaublicher Pedant. Wahnsinn, dem sein Leben zu retten. Dessen Leben. Dessen Leben zu retten heißt es. Du fehlst mir. Sich das Leben zu nehmen, ist gar nicht so einfach. Möchtest du meine Frau werden? Ja! Was? Ja, das möchte ich! Es ist doch wirklich verrückt, wie schlecht du im Sterben bist. Also, weißt du, ich hab nachgedacht. Gibt nicht so an. Glaubt mir, es ist viel, viel mehr. Ihr werdet trainieren. Ihr werdet euch stellen. Gibt234-Birdiebist? Gibt234-Birdiebist? Mir